Hallo, herzlich willkommen hier bei Sanktum. Muss man natürlich auch alles wieder richtig aussprechen können. Wir spielen die Map Cavern, oder Cavern, wie auch immer man es aussprechen möchte, auf Easy. Die Map sieht ein bisschen zerstückelt aus. Anscheinend kommen die Gegner hier durch diese Portale. Wo sind wir? Hier unten. Gehen wir am besten mal durch eins durch. Mal gucken, was passiert. Interessant gemacht. Ja. Ich habe jetzt nur keine Ahnung, wie man hier eine Taktik sinnvoll macht. Weil du kannst hier keine Schlangenlinien machen. Ja. Kein Labyrinth. Aber ich sage mal so. Ah, nee, doch. Man kann theoretisch, theoretisch, wo bin ich? Bin ich das hier? Ja. Nee. Warte, ich komme mal in deine Nähe. Das finde ich völlig falsch. Wo ist denn der Anfang? Da unten ist der Anfang, oder? Nein, der Anfang ist da, wo wir gespawnt sind. Nee, die kommen ganz oben rechts auf der Map raus. Stimmt. Da. Okay, ich gehe jetzt zum Spawn. Und jetzt gehe ich hier rein. Irgendwie verwirrt mich das total. Und jetzt... Kann ich hier runterspringen? Ja, dann stirbst du. Ja. Achso, da hinten. Nö. Da kann man laufen, okay. Aber wir können als allererstes mal hier... Fängt's an, ne? Quatsch, da unten fängt's an. Block. Block. Dann laufen die schon mal so zickzack. Wo bin ich jetzt da? Okay. Und hier bauen wir ein Homo, äh, Homo. Ja, ich wollte gerade sagen, lass uns doch einfach da zwei Holos hinbauen und dann die erstmal durch die Holos abballern. Hast du das verkauft? Türme, Beschütztürme können wir auf den nächsten Ebenen bauen. Ich kann's weggehen, danke. Uh, bei einer Rudler gefallen. Ja. Ready. Ähm. Ich baue da mal noch ein Holofeld... Ach, ein Teleporter. Ähm, Waffen upgraden, ähm. Ja, eben, das ist auch ein Problem hier. Was denn? Ähm, dass wir hier keinen Teleporter haben, dann müssen wir jedes Mal durchs Portal laufen. Ja, da die zwei Meter machen ja nix aus. Ach, ich bin rein. Dann gehe ich mal zurück. Hier ist ein Teleporter. Wo bin ich jetzt? Da. Also, ich habe kein Geld mehr. Dann hier. Jo. Jetzt kommen die kleinen Viecher. Am besten hier ein paar Verlang... Uh, Guckel. Äh, hier ein paar Verlangsamungsdinge reinmachen. Nee, ich mach... Ich mach Mörderboden. Ja, bei Mörderboden schießt viel zu langsam. Die meine, aber ist auch viel Schaden. Die meine, ich Puppe so ein Schaden, sondern insgesamt. Wenn da 50 von den kleinen Viechern drauf sind, dann kriegen 50 von den Viechern den Schaden ab. Ja, schießt auf 50. Und die anderen 50 laufen weiter. Dann schießen wir mal 50. Und dann die nächsten laufen wieder weiter. Hm. Dann laufen die auf das nächste Mörderfeld. Ich bin rein. Ja, wo bist du? Das ist der Klapp, doch wunderbar. Einer ist schon durch. Das ist der Klapp, doch nicht. Ja. Ich find's wunderbar, Michael. Alter, jetzt bin ich immer gefallen. Wo bist du? Äh, ich lauf den Viechern hinterher. Das klappt doch. Naja, nicht so gut. Ich glaub, dass, äh, wir mit meiner Taktik besser gewesen sind. Jetzt kommen nochmal diese kleinen Viecher. Dann baue ich hier jetzt Gatling-Türme. Trägheitsfelder. Äh, Gatling-Gatling. So, ich bin fertig. Ach, warte mal. Jetzt bin ich auch raus. Da war gar kein Hinweis, dass ich zu weit bin. Nein, ich bin fertig. Ich bin fertig. Hier könnten wir vielleicht noch so einen Mörderboden hinbauen Wieso kostet das alles so viel? Ich habe wieder kein Geld Schon wieder diesen kleinen Viecher, jetzt habe ich nicht geguckt, verdammt Ähm, bereit? Ja, ich habe schon längst Enter getrunken Ich habe mich runtergestoßen, die Schweine Hm Jetzt kommen die großen Dinger So Ich würde denn hinten das Holo wegmachen Warum? Wir werden irgendwas machen, dass das weitere Holo vom hinteren Turm oder hinten von vorne irgendwie versteckt wird Und wir können es trotzdem hinten hinstellen Was sag ich meine? Also wir stellen uns hier hin und es schießt noch irgendwas da durch Jaja Was nehmen wir? Streuläse? Du musst Gatling nehmen, sonst schießt er ja nicht durch Und weiter Gehör auch irgendwas zu kaufen, bevor wir hier nicht ab Gatling Gatling hat 3,9 Aber alles andere schießt drüber Wir wollen ja, dass es durchschießt, ne? Das ist scheißegal Der Streuläse hat auch eine große Heischweite Ja Ja Ehhh Ja Was für ein Level ist er jetzt? 6 Ok, ready? Ich hab's geschafft Alles aus Was für ein Laurel ist 2 Orr 1 1 2 2 2 0 1 2 1 6 3 4 Toll! Was denn? Was toll? Guck einfach auf die Gegner, dann brauch ich sie nicht zu beantworten, Steffen. So. Weg. Jetzt hab ich wieder keine Bogen. Ja, bei mir liegt es gerade ein bisschen, weil ich am Brennern bin. Verdammt. Enter. Toll, der kommt jetzt schon direkt. Ooooooh. Ja, das geht ja nicht so gut. Jetzt stärker. Ne, das Problem ist, sie schießen nicht genügend Gettlings auf die drauf. Das Problem ist, sie schießen nicht genügend Gettungs. Das Problem ist, sie schießen nicht genügend Gettungs. Dann. Pfff, der nächste. Of. Also. Es geht nicht, wie sie schießen müssen. Dann. 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 War's was? Ne, da kommt noch einer Was kommt jetzt von hinten rein? Schießen die, ok So, ich glaube da oben brauche ich noch irgendwo einen Telelift hin, dass wir da schneller hinkommen So So Langs hoffe ich erst mal Mhm Heute noch? Ja, 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 wenn doch schön Okay,ло, ja, 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 ja Ich schieße den hinten in den Kopf, mach nur auf die anderen. Ja. Ja? Jetzt kommen die kleinen Kackfische. LOL! LOL! Was denn? Geil. Was? Guck mal. Was denn? Ja, guck mir einfach zu. Das ist jetzt aufgefallen. Ja. Wir brauchen jetzt auf jeden Fall da oben ein bisschen mehr. Nein. Ähm. Vielleicht langs, ja. Ja, komm mal her. Den einen Turm noch upgraden. Sollte genau lang. Nice. Fertig. Ich bin ja schon da. Ich bin ja schon da. Ähm. So, genau Null. Noch nicht genau Null. Ja. Ja, aber ich. Ja, aber ich nicht. Hadi. Nein, mit dem, entgeht es. Ich bin ja schon da. Nee, nicht nur. Ich bin ja schon da. Ja, ich bin ja schon da. Ich bin ja schon. Ja, ich bin ja schon da. Sehr gut. Ja, ich bin ja schon da. Alter, der hat mich ja runtergestoßen. Politiker ist schlecht. garst du in Ordnungsss ch airborne? Geht das wirklich? Nicht Mama! Ah, wurde der gefallen. So, was kommt jetzt? Die Hinlegdinge und die anderen komischen. So, genau. 100. Äh, 0. Ready? Ja, Sieg, 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 Sieg gewonnen. Ja, wir hoffen, es hat euch mal wieder gefallen. Bisschen abdancen, die Sets angucken und liken, falls es euch gefallen hat. Bis dann! Tschüss!